FSK 93 mit der Sendung die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. In der letzten Sendung hatten wir die Fetischkritik Marxens vorgestellt und auf den Antisemitismus ansatzweise schon bezogen. Dies werden wir heute vertiefen. In Folge der Marx'schen Fetischismuskritik haben unterschiedliche Autoren, Horkheimer und Adorno, Moishe Postone, Stefan Griegert und Thomas Haurie die Vornbestimmtheit des Antisemitismus als Fetischismus und Ideologie im Sinne des notwendig falschen Bewusstseins herausgearbeitet. Ideologie ist in Abstraktur gedacht ein verkehrtes Bewusstsein, das sich über die eigene historische oder gesellschaftliche Genesis täuscht und demzufolge das eigene Bewusstsein als autonom verkennt. Ideologiekritik ist die gedankliche Destruktion solcher Scheinautonomie. Mit dem Begriff der Ideologie bezeichnet Marx allgemein ein verkehrtes Bewusstsein, welches sich über seine eigene historische und soziale Genesis täuscht und sich als autonome Macht missversteht. Ideologie ist folglich ein Begriff, der Bewusstseinsform thematisiert und kritisiert, die nicht allein Erscheinungen kapitalistischer Vergesellschaftung sind. In diesem Kontext zielt die marxische Ideologiekritik darauf, philosophische Abstraktionen und idealistische Weltbilder auf religiöses Bewusstsein und politische Herrschaftslegenden zurückzuführen und ihre gesellschaftliche und geschichtliche Bedingtheit zu beleuchten. Der Fetischismus ist eine der Formen von Ideologie, der eine bestimmte Funktion hat und einen ebenso bestimmten Inhalt, der anders als andere Formen verdinglichten gesellschaftlichen Verhältnisse in einer sozioökonomischen Gegenständlichkeit seinen gesellschaftlichen Realgrund hat, der nur durch Selbstkritik des Erkenntnisgründes infrage gestellt werden kann. Der Fetischcharakter der kapitalistischen Produktionsweise beinhaltet die notwendig falsche Wahrnehmung der Realität. Der marxische Fetischbegriff bezeichnet also den verfälschenden Erkenntnisgrund, der für den Sachverhalt der falschen Wahrnehmung der Realität verantwortlich ist, dem die sachliche Vermittlung von Vergesellschaftung als Realgrund korrespondiert, den Marx als Verdinglichung benennt und der zwei Aspekte hat. Marx schreibt, es ist schon in der Ware eingeschlossen und noch mehr in der Ware als Produkt des Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Produktionsbestimmungen und Versubjektivierung der materiellen Grundlagen, welche die ganze kapitalistische Produktionsweise charakterisiert. Die eine Dimension ist der Sachverhalt der realen Objektivation eines sozialen Verhältnisses in einem Ding, wie wir letztes Mal thematisierten, den Wert, der als Ware, Geld, Kapital und Zins erscheint. Der Begriff der Verdinglichung bezeichnet kein Bewusstseinsphänomen allein, sondern die Realität sozioökonomischer Formgegenständlichkeit, wie Geld, Kapital und so weiter, die Marx folgendermaßen erklärt. Das Kapital gewinnt mehr und mehr eine sachliche Gestalt, wird aus Verhältnis immer mehr Ding, aber Ding, das das gesellschaftliche Leben im Leib hat. Sich-zu-sich-verhaltenes Ding, sinnlich-übersinnliches Wesen. Und in dieser Form von Kapital und Profit erscheint es als fertige Voraussetzung auf der Oberfläche. Es ist die Form seiner Wirklichkeit oder vielmehr seine wirkliche Existenzform. Die Realverdinglichung des Sozialen ist durch eine Verselbstständigung gekennzeichnet, eine Versubjektivierung der materiellen Grundlagen, wie es dort heißt. Dies ist die zweite Dimension der Verdinglichung. In Modifikation des Entfremdungsbegriffs thematisiert Marx den Sachverhalt der Verselbstständigung der Verdinglichung als Herrschaft des automatischen Subjekts, die in sich Maß, Ziel und rastlose Selbstverwertung des Werts als Selbstzweck. Es ist dies die Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt, die nur nicht mehr, wie in den Pariser Manuskripten, als Entfremdung von einem ontologischen Wesen des Menschen begriffen wird, sondern als Beherrschung der Menschen durch selbstgeschaffene, aber naturwüchsig sich gestaltende soziale Verhältnisse. Die Menschen werden also durch das, was sie tun, wovon sie aber kein adäquates Bewusstsein haben, bestimmt. Hierbei bezeichnet der Fetischcharakter nicht die sozioökonomische Form Gegenständlichkeit und Verdinglichung sozialer Beziehung, sondern die gleichermaßen objektiv gültige Gedankenform und wie falsche Wahrnehmung des gesellschaftlichen Seins. Diese Paradoxie ist scheinbar ein Widerspruch, denn in Erscheinung zeigt sich diese als das, was sie ist, ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen wie Ware, Geld, Kapital, Zins, um gleichzeitig ihr Wesen bzw. Sein zu verschleiern, dass die realen, sozial vermittelnden Eigenschaften der Dinge diesen nicht als Dingen an sich selbst, sondern als Objektivationen an die spezifisch sozialen Verhältnisse zukommen. Diese Wahrnehmung ist nicht kontingent, sondern der Selbstverrätselung der sozialen Realität im Kapitalismus geschuldet. Es geht in der Kritik des Fetischismus nicht nur um die falsche, wesensmäßige, sondern auch um die adäquate Ebene der Erscheinung oder dem realen Schein der ökonomischen Gegenständlichkeit der Realität, die eine verkehrte Konstitution der Realität selbst ist, die in der spezifischen Form der menschlichen Praxis in kapitalistischen Gesellschaften gründet, die als eigentliche Ursache falscher Wahrnehmung, das heißt als die eigentliche Verkehrung, entschlüsselt wird. Die Aufhebung des Fetischismus ist demnach auch keine bloß theoretische Frage, sondern die der Aufhebung der das Bewusstsein konstituierenden Formen gesellschaftlicher Verhältnisse und der aus diesen resultierenden Praxis. Marx drückt das folgendermaßen aus. Die verdrehte Form, worin die wirkliche Verkehrung sich ausdrückt, findet sich natürlich reproduziert in den Vorstellungen der Agenten dieser Produktionsweise. Marx hat dies als vernunft und unvernünftige Form kritisiert, weil diese die Autonomie der Individuen in Heteronomie verwandelt. Fetischkritik muss die kapitalistische Produktionsweise als ein gesellschaftliches Verhältnis dich refrieren, dessen Herrschaftscharakter dinglich vermittelt ist und dennoch entweder unmittelbar als natürliche und unveränderbare, gar beste aller Welten erscheint. Da dies vor allem in der Krise zu Protest geht, ergibt sich gleichermaßen das Phänomen des falschen Antikapitalismus, bei dem Zinsen und Banken oder personalisiert Bankerinnen oder auch Politikerinnen für die kapitalistische Krise verantwortlich gemacht werden. Es ist genau hier das Phänomen des Fetisches, das heißt eine Kritik, die sich an den oberflächlichen Erscheinungsformen des Kapitalismus festmacht, an der besonders augenfälligen Verselbstständigung der Produktionsverhältnisse im werthackenden Wert, wie zum Beispiel im Zins, den Aktien, Börsenkursen oder der falschen Exklusion von Staat und Markt erscheint. Partikuläre Phänomene der Verselbstständigung der kapitalen Ökonomie werden aus ihrem Gesamtkontext gerissen. Sie werden nicht als Momente der gesellschaftlichen Totalität erkannt, sondern lediglich als Auswüchse angeprangert, für die vor allem die Gier einiger Menschen verantwortlich seien, wobei die Geschichte zeigte, dass insbesondere den Juden die Schuld dafür gegeben wurde. Auch wenn es durchaus auch stimmt, dass wir es schon in der Form des Geldes als Schatz ansatzweise und im Kapital als solchen mit Gier produzierenden Elementen kapitalistischer Ökonomie zu tun haben, handelt es sich um einen falschen, nicht bloß verkürzten Antikapitalismus, zu dem er oft linkerseits verharmlost wird. Ich habe früher selbst auch vom verkürzten Antikapitalismus gesprochen, aber wenn etwas verkürzt ist, muss man es ja nur verlängern und dann wäre es richtig. Also das kann man deswegen so nicht sagen. Es muss also von falschem Antikapitalismus im strikten Sinne die Rede sein. Dieser muss selbstverständlich kritisiert werden, nicht nur, weil darin eine urbürgerliche, gar protestantische Leistungsideologie oder Arbeitsethik sich verbirgt, der im Hass auf müheloses Einkommen, leicht erworbenen Reichtum sich manifestiert, der in populären Sprüchen wie Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen oder Arbeit macht frei auf bekannten Konzentrationslagern, wo man den von Natur aus faulen und gierigen Juden mal so richtig zeigen wollte, was Schaffendes statt raffendes Kapital ist. Der falsche Antikapitalismus, der in vielen verschiedenen Formen auftreten kann, ist schlimm genug, aber nicht unmittelbar mit Antisemitismus gleichzusetzen. Sonst würde dieser überall in gleicher Weise und Stärke auftreten. Er ist aber eine wesentliche Ermöglichungsbedingung, noch kein zureichender Grund, dass Judenfeindschaft auch in der modernen kapitalistischen Gesellschaft auftreten kann. Der blutige Umschlag von konformistischer Revolte in Ressentiment gilt es auch dort abzuwehren und den verkehrten regressiven Antikapitalismus zu bekämpfen, wo er nicht gegen Juden sich richtet. Auch wenn er in der Regel sich on a long run dieser ebenfalls gegen die Juden richten wird. Verkehrter Antikapitalismus kann im Prinzip der Anfang in weitergehenden Einsichten sein, als auch durch und durch diese verhindern und regressiv sein. Das ist eine Ambivalenz des falschen Antikapitalismus oder eine Amphibolie sogar, nicht eine doppelte Bewandtnis, das gleichermaßen regressiv wie progressiv auftreten kann. Widerwärtigkeiten, Widerruf nach der Nation, nach starkem Staat, autoritärer Führung oder dem Kretonismus des Landlebens sind nicht a priori mit Antisemitismus identisch. Wir hatten in vielen Sendungen verschiedene Formen der Judenfeindschaft entdecken können, den kein verkehrter Antikapitalismus innewohnte, aber teilweise ist dieser selber antisemitisch motiviert. Beim Antisemitismus handelt es sich um eine wahnhafte Weltanschauung, die nicht bloß gegen Banken und extrem üble Charaktermasken des Kapitals wettert, sondern obendrein die Vernichtung der Juden in letzter Instanz impliziert. Der moderne Antisemitismus im Gegensatz zum Traditionellen ist zweifelsohne bedingt durch die kapitalistische Gesellschaft, eben auch, weil sie eine für die Apologetik des Kapitalismus funktionale Form hat, da die Juden die anonyme, unpersönliche Herrschaft des Kapitals repersonalisieren. In der Ideologie jedenfalls. Die verdinglichte Macht der Verhältnisse wird für die sozialen Akteure greifbar gemacht, indem die Juden für deren Folgen persönlich verantwortlich gemacht werden. Die undurchschauten Verhältnisse werden personalisiert und partikuläre Momente des Kapitals universalisiert. So wird, weil den Juden von vielen Tätigkeiten gesellschaftlich ausgeschlossen waren, das Zinsnehmen, dessen Fetisch der Antisemitismus fröhnt, als von Natur aus jüdisch, halluziniert. Die Grenze der Fetischtheorie für die Erklärung des Antisemitismus gilt es also zu beachten, gerade weil der falsche Antikapitalismus eine Denkform ist, die verhindert, den eigenen Antisemitismus überhaupt zu erkennen. Gar der antisemitische Vernichtungswahn und die völkische Paranoia lassen sich nicht zureichend aus dem Fetischcharakter des Kapitalismus ableiten. Da kommen noch Vorstellungen wie von Euthanasie und so weiter hinzu. Da der Antisemitismus nicht zum Merkmal im soziologischen Sinne abweichenden Verhaltens gehört, sondern zum Normalverhalten lässt er sich auch nicht am Maßstab Auschwitz messen, das ja in der Geschichte des Antisemitismus als ein atypischer Exzess zu gelten hat. Gerade heute ist es ja Merkmal sogar glühender Antisemiten, dass der Antisemit gegen Auschwitz und doch Antisemit ist. Die Schulterbwehr gehört zum Antisemitismus hinzu, wie die Konzentration des Antisemitismus auf den Juden unter den Staaten. Damit ist gemeint Israel. Was die Fetischkritik zur Erklärung des Antisemitismus beitragen kann, ist zu zeigen, dass die fetischistische Wahrnehmung der sozioökonomischen Formen ein Realgrund oder eine Causa essendi des modernen Antisemitismus sind. Der dem korrespondierende ideologische Erkenntnisgrund als Causa defigiens ist hierbei ebenso wichtig und hierbei ist nicht nur die Logik des Kapitals, sondern auch die Geschichte notwendig für eine Erklärung. Dies soll nun nicht eine Kritik an den richtig herausgearbeiteten Momenten durch Mois Poston, Stefan Griegert, Thomas Haurie und so weiter sein, sondern nur daran, dies als zureichenden Grund für das Auftreten des Antisemitismus im modernen Zeitalter zu verstehen. Wo offenkundige Judenfeindschaft sich mit genau diesen Elementen verbindet, wir hatten das bei Otto Glagau, Wilhelm Mare und anderen eindeutig antisemitischen Autoren ja gesehen, aber auch bei Vorläufern wie Proudhon, einigen Junkel-Glianern, ist das eindeutig, dass der ökonomische Fetischismus mehr als nur ein Katalysator des Antisemitismus ist, sondern den Wandel vom religiösen Anti-Judaismus in modernen Antisemitismus bedingt. Die Ideologie, die in der Kritik an Aktionen im Rahmen der letzten G20-Gipfel als Hemmnis von Kapitalismuskritik fast nicht Gegenstand der Kritik war, weil man letztlich nur über Gewalt des Staates wie von Hooligans, die der Demonstration bei Wohnten redeten, bestand aus Personalisierung des Kapitalverhältnisses, wie sie zumeist gegen Juden gerichtet waren. Es wurden ja Flyer verteilt, wo da diese berühmte Krake zu sehen war, die auch den Stürmer damals zierte. Und es war davon die Rede, dass man also diese Personen, die auf diesem Gipfel waren, von einer Planke stoßen solle, also eine Strafe, die im Mittelalter in der christlichen Seefahrt gang und gäbe war. Der Sozialchauvinismus, wie er Armut und Arbeitslosigkeit wahrnimmt und gern von denjenigen, die noch Arbeit haben und sich ganz mit ihr identifizieren, vertreten wird, gesellt sich dem zu. Diejenigen, die ihre eigenen Triebe zum Arbeiten unterdrücken müssen, erscheint die erhoffte Freiheit in der verkehrten Gestalt des Arbeitslosen, genauso wie im Juden, von denen ein größerer Anteil Berufe ausüben, deren Einkommen bei solchen Leuten für mühelos gilt. Hier steckt die bürgerliche Arbeitsmetaphysik, die Adorno, anhand einer Passage von Marxens Kritik des Gotha-Programms herausgearbeitet hatte. Weil das sehr wichtig ist, bringe ich das hier auch nochmal. Körperliche Arbeit aber ist notwendig, auf das verwiesen, was sie nicht selbst ist, auf Natur. Ohne deren Begriff kann Arbeit und schließlich auch deren Reflexionsform, der Geist, so wenig vorgestellt werden wie Natur ohne Arbeit. Beide sind unterschieden und durcheinander vermittelt in eins. Die marxische Kritik des Gotha-Programms benennt umso genauer einen in der hegelischen Philosophie tief verschlossenen Sachverhalt, je weniger sie als Polemik gegen Hegel gemeint war. Es geht um den allbeliebten Spruch, die Arbeit ist die Quelle eines Reichtums und aller Kultur. Dem wird entgegengehalten, die Arbeit ist nicht Quelle eines Reichtums, die Natur ist ebenso die Quelle der Gebrauchswerte. Und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum. Als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, als unterstellt wird, dass die Arbeit mit den dazugehörigen Gegenständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches Programm darf aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedingungen zu verschweigen, die ihnen allein einen Sinn geben. Und soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur, der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und Gegenstände, als Eigentümer verhält, sie als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch von Reichtum. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Natur übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten, denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt, als seine Arbeitskraft in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Das war jetzt also Marx, den Adorno hier zitiert. Und dann erläutert, Darum aber darf Hegel um keinen Preis die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit Wort haben und derifrierte nicht den Geist als isolierten Aspekt der Arbeit, sondern verflüchtigt umgekehrt die Arbeit in einem Moment des Geistes, wählt gewissermaßen die rhetorische Figur, pass pro totu, zur Maxime. Losgelöst von dem, was nicht identisch ist mit ihr selber, wird Arbeit zur Ideologie. Die über die Arbeit anderer verfügen, schreiben ihr Würde an sich, jener Absolutheit und Ursprünglichkeit zu, gerade weil die Arbeit nur eine für andere ist. Arbeitsmetaphysik und Aneignung fremder Arbeit sind komplementär. Hat mit der Trennung körperlicher und geistiger Arbeit sich das Privileg, die geistige, trotz aller entgegenlautenden Beteuerung leichterer reserviert, so kehrt jene doch zugleich im geistigen Vorgang, dem durch Imagination vermittelten Nachbild physischen Handelns, mahnt immer wieder, der Geist kann seinem Verhältnis zu der zu beherrschenden Natur nie ganz sich entwinden. Um sie zu beherrschen, gehorcht er ihr, noch seine stolze Souveränität ist mit Leiden erkauft. Soweit Adorno, das ist aus den drei Studien zu Hegel. Diese bürgerliche Arbeitsmetaphysik verschmolz mit dem Ressentiment gegen die Juden, bei denen ein größerer Anteil Tätigkeiten ausüben, die Mittlerdienste beinhalten oder geistiger Natur sind. Die Dialektik der Aufklärung betonte, dass sie wegen allgemeiner Berufsverbote sie in der Zirkulationssphäre gebannt war. Dies macht aber auch das Ressentiment, das dem Frust über die eigene Existenz entspringt und als Hass auf diejenigen, die nicht das zweifelhafte Vergnügen haben, in Lohn und Brot zu stehen. Die vom Kapitalismus produzierten Überflüssigen werden genauso als freiwilliger Schmarotzer denunziert wie die Juden, denen man solche Berufe zunftmäßig verbot. Dann gilt nicht die Ausbeutung der Lohnarbeit als der eigentliche Skandal, sondern die Frustration der Arbeitenden wird entweder auf jene gelenkt, die eigentlich gar nichts haben, weder Macht noch Geld, oder auf diejenigen, die angeblich als Juden unermesslichen Reichtum haben. Arbeit macht frei, stand über den Toren von Lagern, in denen Juden vernichtet wurden, wozu auch gehört, dass sie gezwungen wurden, sich zu Tode zu arbeiten. Das Kapitel, die Elemente des Antisemitismus, der Dialektik der Aufklärung, sind ein Meilenstein auch für die Antisemitismus-Kritik, die sich anhand des Problems des Fetischismus ausbildete. Bereits 1939 hatte Horkhammer eine zentrale These formuliert, die in den Elementen des Antisemitismus aufgegriffen wurde und seine explizite Orientierung an der marxischen Ökonomie-Kritik beweist. Teilweise findet sich in seinem Aufsatz »Die Juden und Europa« Übereinstimmung mit Marxens Argumentation in »Zur Judenfrage«. Das hatten wir ausführlich diskutiert. Kommt er doch zum Ergebnis, das ist zur Erklärung des modernen Antisemitismus, des Rückgangs auf die Tendenzen des Kapitals bedarf, da auch der Nationalsozialismus Ausdruck einer unter der Herrschaft des Werts stehenden Gesellschaft sei. Dieselbe Rationalität, die in der alltäglichen kapitalistischen Konkurrenz unterlegene ins Elend stürzt, verursachte die Ausgrenzung und Verfolgung der Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Historisch war der Großteil der europäischen Jüdinnen und Juden in die Sphäre der Zirkulation gepresst, was sie einerseits zum Objekt des Hasses stempelte, sie andererseits aber auch als unentbehrlich erscheinen ließ. Die Theorie Horkheimers konstatiert für den modernen Kapitalismus, dass die Zirkulationssphäre im Monopol ihre ökonomische Bedeutung verliere. Eine Einschätzung, die nur aus der damals neuen Entwicklung verständlich ist, aber nie in dem von Horkheimer suggerierten Umfang Wirklichkeit wurde. Daraus wurde hergeleitet, dass die Jüdinnen und Juden als Agenten der Zirkulationssphäre entmachtet wurden. Weil sie der von der Gesellschaft einst zugedachte Funktionen beraubt waren, sind sie dem Antisemitismus nun voll ausgeliefert. In der im Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion notwendigen Sphäre überflüssig geworden, können die Juden nur mehr durch die Revolution, die allgemein menschliche Emanzipation, das Heraustreten der Menschen aus ihrer Naturgeschichte retten. Adorn und Horkheimer begannen in der Dialektik der Aufklärung mit Überlegungen zum Bild der Jüdinnen und Juden in der nationalsozialistischen Ideologie. In dieser sind sie nicht eine Minderheit neben anderen Minderheiten, die in dem gleichen Ausmaß und mit den gleichen Mitteln bekämpft werden müssten, sondern erscheinen in Ideologie und Praxis als Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Während Arbeiterinnen und Arbeiter weiter der Ausbeutung zur Verfügung zu stehen haben und Neger dort gehalten werden sollen, wo sie in den Augen der Nazis hingehören, sind Jüdinnen und Juden somit zur Vernichtung bestimmt. Stefan Griegert hat die Fetish-Analyse Marxens mit diesen Ausführungen der Dialektik der Aufklärung verknüpft und so die Arbeiten Moschel-Postons weitergeführt. Wie die Vorstellung von Rassen allgemein, so entbehrt auch die Vorstellung von den Jüdinnen und Juden als Gegenrasse jeglicher Grundlage. Horkheimer und Adorno weisen aber darauf hin, wie diese absurde Vorstellung dennoch wahr wird. Wahr in dem Sinn, dass der Faschismus sie wahr gemacht hat. Das heißt, solange eine kollektivierende Vorstellung von Jüdinnen und Juden tatsächlich nur als Vorstellung existiert, kann sie unter Umständen kritisiert und als unwahr zurückgewiesen werden. Prägt diese Vorstellung aber die Praxis, wie es im zur Macht gelenkten Nationalsozialismus der Fall war, so erscheint sie durch die Praxis als adäquate Abbildung der Wirklichkeit. Das bedeutet, Jüdin oder Jude ist, wer Opfer des Antisemitismus wird und wer Opfer wird, muss Gegner sein. Wie der wahren Fetischismus, der erst durch die Praxis entsteht, gesellschaftliche Wirksamkeit erhält und beständig reproduziert wird, prägt der praxisgewordene Antisemitismus die Vorstellungen und das Leben bzw. Töten derer, die ihn in die Welt gesetzt haben. Die Jüdinnen und Juden erscheinen ihnen von Natur aus als Gegenrasse. Was Adorno über den Fetischcharakter der Wahre geschrieben hat, nämlich, dass er keine Tatsache des Bewusstseins ist, sondern dialektisch in dem eminenten Sinn, dass er Bewusstsein produziert, trifft genauso für den Antisemitismus zu. Der Hass auf die Gegenrasse hat keinen ökonomischen Sinn. Während heute gerade linke Autorinnen und Autoren Antisemitismus nur mehr als Mittel zu ökonomischen, sozialen oder bevölkerungspolitischen Zwecken begreifen können, verweisen Horkheimer und Adorno nachdrücklich auf die ökonomische Sinnlosigkeit des Antisemitismus. Gleichzeitig halten sie diese ökonomische Sinnlosigkeit für kein taugliches Argument gegen ihn. Dazu Horkheimer und Adorno. Gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun gezeigt. Die Lokalisierung der gesellschaftlichen Träger des Antisemitismus fällt Adorno und Horkheimer offenbar leicht. Sie behaupten, er diene der Herrschaft zur Ablenkung und zur Korrumpierung. Während die herrschenden Kreise ihn unterhalten, würden die Beherrschten ihn ausüben. Da Antisemitismus an dieser Stelle von Horkheimer und Adorno nur als Herrschaftsmittel und Ablenkungsmanöver wahrgenommen wird, erscheint er als Mittel zur Durchsetzung etwas außer seiner selbst liegenden. Er wird zu einer besonderen Perfidie der herrschenden Klasse. Adorno und Horkheimer bescheinigen den hohen Auftraggebern, die wüssten, worum es eigentlich gehe, Jüdinnen und Juden nicht zu hassen. Sie verkennen, dass Antisemitismus wie alle Formen des Fetischismus zwar klassenspezifische Ausprägungen aufweist, aber keine gegen ihn immune Klassen kennt. Das wird auch deutlich, wenn Adorno an anderer Stelle zwar sowohl proletarischen als auch bürgerlichen Antisemitismus ausmacht, letzteren aber nur bezüglich Angehöriger des Mittelstands, die von sozialem Abstieg bedroht sind, untersucht. Soweit die Paraphrase von Griegert. Wir haben Marx' Theorie von vornherein nicht als eine ökonomische Theorie interpretiert und genau das, was Mäusche-Postone auch als Ausgangspunkt hat. Eine Kritik des funktionalistisch-ökonomistischen Verständnisses der Marx'schen Werttheorie, das die Marx'schen Kategorien nur als ökonomische Kategorien begreift, abgewiesen. Die verdinglichende Trennung von Basis und Überbau können wir auch nicht vertreten, weil dann die ökonomischen Kategorien eine ökonomische Basis konstituierten, aus der dann funktionalistische Ableitung angeblich bloßer Überbauphänomenen als auch alle Denk für Gehören vorgenommen werden. Ein solcher Funktionalismus könnte niemals die Nicht-Funktionalität der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungstheorie und Praxis für die kapitalistische Ökonomie erklären, wie sie sich dann zeigt, dass zum Beispiel zum Judenmorden Kapazitäten, die für die industrielle Produktion notwendig gewesen waren, nutzten. Es gab Theoretiker, die auch den Transport der Juden in die Konzentrationslager noch unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachteten, was sein Fundamentum in Rehe hatte, dass die Juden ja die Fahrkarten in ihren eigenen Tod selber bezahlen mussten. Das erklärt aber noch lange nicht, dass das Judenmorden funktional für die kapitalistische Ökonomie selber gewesen wäre. Für Moschel-Poston identifiziert der Antisemitismus der Nationalsozialisten die Jüdinnen und Juden im modernen Antisemitismus nicht nur mit dem Geld und der Zirkulationssphäre, sondern mit dem Kapitalismus überhaupt. Sie werden nicht nur als Geldeigentümer betrachtet, sondern prinzipiell mit der durch den Kapitalismus als Gesamtsystem verursachten gesellschaftlichen Umstrukturierung und Verschiebung identifiziert. Moment und teilweise Motor dieser gesellschaftlichen Umstrukturierung ist ebenso das organisierte Proletariat, wodurch Sozialdemokratie und kommunistische Bewegung ebenfalls zum Movens und Ziel des modernen Antisemitismus werden können. Im Kapitalismus haben wir eine Herrschaft der Realabstraktionen. In der antisemitischen Weltanschauung werden nun die Juden und Jüdinnen zur Personifikation der Abstraktheit, zum real gewordenen Paradox der biologistisch stinkfest gemachten Wertabstraktion. Die politisch abstrakte Allgemeinheit eines Daseins als Citoyen hat sich Poston zufolge aufgrund der immer auch als Sprachgeschicht, Tradition und Religionsgemeinschaften konstituierten Nationen niemals wirklich durchgesetzt. Darum konnten die Juden und Jüdinnen auch zur Projektionsfläche für den Antisemitismus werden, denn sie waren die einzigen, die der Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politischer Abstraktion entsprachen. Und, so wie gesagt wurde, deutsche oder französische Staatsbürger aber keine richtigen deutschen oder franzosen waren. Schon bei Marx war die Wertkritik kein Universalschlüssel für jedes gesellschaftliche Phänomen der modernen Welt. Auf die Idee, den Antisemitismus als bedingt durch die Wertvergesellschaftung auszuweisen, ist er auch nicht gekommen, weil er die einschlägigen Phänomene noch nicht im Blick hatte und auch noch nicht haben konnte. Die haben sich ja erst später in allem Extrem entfaltet. Aber die Wertkritik sollte dennoch die Basis für historische, soziologische und so weiter Untersuchungen bilden. Ohne werttheoretische Grundlage ginge auch der Zusammenhang zwischen Warenförmigkeit der Gesellschaft und modernen Antisemitismus verloren. Dann würde die Antisemitismuskritik in die Art von Forschung zurückfallen, wie sie in der etablierten Forschung die Antisemitismus bloß als Vorurteil begreift, vertreten werden. Durch die Thesen Pustons ist seit Beginn der 90er Jahre aber eine Antisemitismusforschung auf den Weg gebracht worden, die auf Vorurteilsforschung sich nicht reduziert. Der Thesen von Pustons wurde in Kritik und Krise unter anderem von Ulrich Enderwitz kritisiert, dem dieser zu strukturalistisch erschien, weil Puston zu wenig historisch argumentierte. Was allerdings dieser selber ja zunächst ausblenden wollte, um das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Weil Enderwitz das historische Moment in Antisemitismus und Volkstaat betonte, konnte Stefan Griegert Wertformanalyse und Horkheimer und Adornos Theorien von dem Eingesperrtsein der Juden in die Zirkulationssphäre mittels Enderwitz noch mal in einen konkreteren Zusammenhang bringen. Ich zitiere dessen Zusammenfassung von Enderwitz. Im Mittelalter kommt es zur realen Konfrontation der abhängigen bäuerlichen Kleinproduzentinnen und Produzenten mit ihren Ausbeutern und Ausbeuterinnen am Markt und der politischen Herrschaft. Diese reale Konfrontation verlagert sich jedoch auf einen Nebenschauplatz, das Zinsgeschäft. Durch ihre gesellschaftlich prekäre Stellung sind die Juden und Jüdinnen prädestiniert für die Verkörperung dieses anzugreifenden Teils des Wirtschaftslebens. Sie übernehmen so die Rolle des gesellschaftlichen Trägers des in Form des Zinsgeschäftes ausgegrenzten Wertprinzips. Ein realer Zusammenhang zwischen Juden und Geldhandel ist dabei nach Enderwitz nicht erforderlich, da es sich beim Antisemitismus nicht um die rationale Reaktion auf die Realität, sondern um eine neurotische Verschiebung handelt. Diese neurotische Verschiebung, die der Konfliktscheu und der Konfliktunfähigkeit der abhängigen Kleinproduzentinnen und Produzenten geschuldet ist, befördert die reale Verbindung von Juden mit dem Geldhandel. Nicht zuletzt dadurch, dass die politische Herrschaft aus dieser Verlagerung der Konfrontation Nutzen zieht und sie daher teils bewusst, teils unbewusst fördert. Im Absolutismus ist der Nutzen der im Auftrag des Hofes mit Geldkapital arbeitenden Juden für die politische Herrschaft so eindeutig, dass die Angriffe der unteren Klassen auf die Juden und Jüdinnen nicht mehr als bloße Ersatzhandlungen zutage treten, sondern sich offen mit allgemein herrschaftskritischen Momenten verbinden. Die Angriffe gegen die für den Hof tätigen Juden gehen nun aber nicht mehr von den inzwischen dem Markt weitgehend unterworfenen ehemaligen Subsistenzproduzentinnen und Produzenten aus, sondern hauptsächlich von dem sich am Beginn seiner Emanzipation befindlichen Kapital. Das Kapital trägt so eine implizite Kritik an Elementen der politischen Herrschaft vor, kratzt aber gleichzeitig in keiner Weise an der grundsätzlichen Aufrechterhaltung dieser Herrschaft, die es zur weiteren Akkumulation zumindest noch braucht. Mit der Emanzipation des Kapitals von der absolutistischen Herrschaft gelangt das Bürgertum selbst an die Macht. Auf der einen Seite entfällt damit für das Kapital der zuvor vorhandene Grund für die Angriffe auf die Hofjuden. Auf der anderen Seite sind die ausgebeuteten Klassen, für die der Staat nun zum unmittelbaren Exekutor ihrer ökonomischen Ausbeuter und Ausbeuterinnen geworden ist, derart in ihrer Existenz bedroht, dass sozialpsychologische Verdrängungshandlungen als Proteste nicht mehr ausreichen. Für Enderwitz liegt in dieser Konstellation der Grund, dass es vom Ende des 18. bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Zwischenspiel relativer Abwesenheit von Antisemitismus kommt. Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es jedoch zu einer qualitativ neuen Forcierung von Antisemitismus. In die Welt gesetzt wird er diesmal vom Staat selbst. Grundlage dafür ist die Trennung der liberalbürgerlichen Klasse vom unmittelbaren Zugriff auf die Staatsgewalt. In Deutschland, wo sich dies eher als eine Vorenthaltung des, eine zu vollziehende Trennung darstellt, führt das dazu, dass ein politisch rückständiger Staat als Gesamtorganisator der Kapitalakkumulation unter Berücksichtigung des Produktionsfaktor lebendiger Arbeit auftritt. Die so als Volksstaat konstituierte politische Gewalt setzt nach Enderwitz das Bild des Liberalitätsjuden in die Welt, das zeigt, wie die liberale Bourgeoisie zwar ist, aber nicht sein darf. Das dem Volksstaat integrierte Kapital soll einerseits Kapital akkumulieren, andererseits aber staatsloyal und der Gemeinschaft verpflichtet bleiben. Der Staat benutzt so den Antisemitismus als planmäßiges Vehikel zur bewussten Steuerung des Verhaltens anderer, was aber dennoch nicht bedeutet, dass die zynisch funktionalisierte Bedeutung des von Staats wegen kultivierten Antisemitismus den ihn propagierenden Kräften als solche bewusst ist. Mit der Transformation des Volksstaats zum faschistischen Führerstaat oder zum Volksgemeinschaftsstaat transformiert sich auch die Figur des Liberalitätsjuden. Vom die negative Liberalität des Bürgertums fixierten Bild verwandelt er sich zum aufs Ganze gehenden ökonomischer Gegner und todernstzunehmenden politischen Widersacher. Mit der Transformation zum Volksgemeinschaftsstaat wird der Antisemitismus zum gemeinschaftlichen Volksantisemitismus. Die Radikalisierung des Staatskonzepts radikalisiert zwangsläufig auch den Antisemitismus. Wir haben hier also zwei Erweiterungen der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, die auch einen falschen regressiven Antikapitalismus umfassen, wenn wir Poston und Enderwitzens Kritik und dessen historische Erweiterung hinzufügen. Wenn Marx ausführte, dass sich im kapitalistischen Produktionsverhältnis die Personen als Vertreter der sachlichen Verhältnisse gegenübertreten, als die Personifikation der ökonomischen Verhältnisse, so hat der Poston diesen Grundgedanken der Marx'schen Fetischkritik auf bestimmte Formen des Antikapitalismus übertragen. Wie erscheint dieser Kapitalismuskritik der Kapitalismus? Als Antikapitalismus, der die Fetischisierung nicht reflektiere, erscheint der Kapitalismus als personalisiertes Herrschaftsverhältnis der Kapitalisten über die Arbeiter. Somit ist ein solcher Antikapitalismus schon dadurch fetischisiert, dass er annimmt, dass mit der Beseitigung der Kapitalisten auch der Kapitalismus überwunden werde. Als besonders gefährliche Form des Fetischs ist der Antisemitismus hier als fetischisierter Antikapitalismus zu begreifen, da vor allem geausschließlich die Juden als Personifikation der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals gesehen würden. Postone schreibt dazu, »Meiner Deutung nach wurden die Juden also nicht nur mit dem Geld, das heißt der Zirkulationswehre, sondern mit dem Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt. Die Juden wurden nicht bloß als Repräsentanten des Kapitals angesehen, in diesem Fall wären die antisemitischen Umgriffe wesentlich klashenspezifischer ausgefallen. Sie wurden vielmehr zu Personifikationen der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Die Überwindung des Kapitalismus und seiner negativen Auswirkungen wurde mit der Überwindung der Juden gleichgesetzt. Wenn es legitim ist, den Begriff des Fetischs, den Marx auf Ware, Geld, Kapital und Zinsbezug, auch auf den modernen Antisemitismus zu übertragen oder zu applizieren, ist schon mal ein Stück weit, wie auch die Rezeption Postones bekundet, dass sowohl der moderne Antisemitismus im Allgemeinen wie der Antisemitismus in der politischen Linken eine Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse beinhaltet, gezeigt worden. Wir finden das ja in der Regel im Marxismus-Leninismus und im höchsten Stadium des falschen Antikapitalismus, dem Anti-Imperialismus. Auch in der kritischen Aufarbeitung des Antisemitismus von Links, von Thomas Haurie wurde deutlich, dass die sozialistische und kommunistische Linke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts den Kapitalismus vornehmlich als direkte Herrschaft der Kapitalisten oder des Kapitals über die Arbeiter oder die Arbeit begriff, beziehungsweise missinterpretierte. Das ist ein Verständnis des Kapitalismus, in dem die Juden immer wieder als Vertreter des Schachers oder Wuchers, der Ausbeutung und des Kapitals erschienen und auch wahrgenommen wurden. Dann noch ein kleiner Buchhinweis, in dem von Matthias Brosch, Michael Elm, Norman Geisler, Brigitte Elisa Simburger, Oliver von Brochem herausgegebenen Bändchen exklusive Solidarität, linke Antisemitismus in Deutschland, vom Idealismus zur Antiglobalisierungsbewegung, finden wir eigenschlägige Aufsätze, die das auch bestätigen. Der kürzer Willen kann ich das jetzt natürlich nicht alles noch anreißen. Aber wir werden auch noch dazu kommen, auch zu diesem Reader, der einige gute Sachen enthält. Wir hatten bereits gezeigt, dass die Fetischkritik Markens, der ja für die fetischistische Wirklichkeitskonstitution eine bestimmte Form der Notwendigkeit behaupten muss, weil die Kapitalisten nicht nur als Personifikation des Kapitals wahrgenommen werden, sondern auch zu handeln müssen. Die Notwendigkeit, dass die Juden als Personifikation des Kapitals erscheinen, kann aber nicht allein kapitalogisch erklärt werden, sondern es muss auch die Frage beantwortet werden, warum sich ein personifizierender Antikapitalismus ausgerechnet an den Juden festmacht. Dazu bedarf es der historischen Argumentation, die das, was die Logik als möglich ausgewiesen hat, auch in der Wirklichkeit der Geschichte ausweist. Und da waren die Juden sozusagen die erste Wahl und das keineswegs zufällig. Es hätte keine andere Gruppe diese Funktion erfüllen können. Die Geschichte des Antisemitismus in Europa und immer wieder dokumentierbare Assoziationen von Juden mit Geld ist ja auch wohl bekannt. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu einer funktionalistischen Argumentation. Die würde ja auch immer funktionale Äquivalente kennen. Aber hier ist das jetzt nun gerade so, dass das mehr ist als eine Funktionalität, weil es keine funktionalen Äquivalente historisch zumindest gab. Da hätte man dann schon, wie Jean Prassadre sich mal ausdrückte, Juden erfinden müssen. Warum spielte also in allen Fraktionen der Linken im 19. und außer im Umkreis der kritischen Theorie im 20. Jahrhundert die Fetischkritik eine so geringe Rolle? Stefan Griegert argumentiert da recht triftig, wenn er schreibt, In dem meistverbreiteten Werk »Der Manifest der Kommunistischen Partei« von 1848 finden sich Formulierungen, die einem eklatanten Widerspruch zur marxschen Fetischkritik stehen. Das Kapital dagegen beschreibt gerade die nicht offen sichtbaren Abhängigkeitsverhältnisse, die verschleierte Ausbeutung, während Marx und Engels im Kommunistischen Manifest die herrschende Situation mit den Worten »Die Bourgeoisie habe an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllte Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte Dürre-Ausbeutung gesetzt« etwas anderes behauptet. Ein gewisser Bruch zwischen 1848 dessen Scheitern ja auch gerade Anlass war, das Kapital zu schreiben. Es war ja das Scheitern der Arbeiterbewegung in der Zeit, das dazu führte, dass Marx das Kapital schreiben musste. Und im Kommunistischen Manifest sind ja noch Dinge vertreten worden wie absolute Verelendungstheorie, Lehre vom Minimallohn und solche Sachen, die Marx im Kapital dann nicht mehr vertreten hatte. Die ihm merkwürdigerweise dann aber trotzdem immer wieder vorgehalten wurden, als er schon weiter war. Nun ist das Kommunistische Manifest ja auch noch eine, steht in einem Kontext einer Beschreibung, also einer Übergangsgesellschaft vom Feudalen zum kapitalistischen Verhältnissen. Aber genau diese Übergangsgesellschaft war ja lange genug Paradigma für Revolutionstheorie und Praxis der Arbeiterbewegung. Sie stand ja gewissermaßen auf dem Boden dieser Übergangsgesellschaft, in der die kapitalistischen Verhältnisse die Feudale oder die Absolutistische transformierten. Das lag vielleicht auch daran, dass das Kommunistische Manifest in unzähligen Auflagen in der sozialistischen und kommunistischen Bewegung verbreitet wurde, während das Kapital selbst von führenden Kommunistinnen und Kommunistischen kaum zur Kenntnis genommen wurde. Und aus Vorderger Perspektive können wir natürlich sagen, auch ist die Kapitalrezeption erst durch Arbeiten wie die von Rostolski, Backhaus und Reichelt wie allgemeine in der sogenannten neuen Marx-Lektüre so erweitert worden, dass man ernsthaft von Marx-Philologie sprechen kann. Ich selber bin ja in einem gewissen Sinne politisch im Rahmen der neuen Marx-Lektüre aufgewachsen. Also eins der wichtigen Bücher war die zoologischen Struktur, das Kapitalsbegriff und Rostolski, der Entstehungsprozess des Kapitals, was ich damals in den 60ern, 70ern gelesen hatte. So waren mir natürlich einige Dinge noch gar nicht bekannt geworden, weil ich das Kommunistische Manifest zwar mal ganz früh an der Schule gelesen hatte, aber das war damals in der neunten Klasse nicht so ganz das Theorieniveau, das man haben muss, um Marx oder Engels begreifen zu können. Und in den 70er Jahren ja wieder aufkommenden ML-Linken aller möglichen Spielarten, Maoisten, Stalinisten, war sich ja das kommunistische Manifest von Marx und Engels beliebter als das Kapital. Indem, wenn ich auf den Bücherflurmarkt in MEW 23 gucke, die Anstreichung oft oder kurz vor dem Fetischkapitel aufhören oder Arbeitsgruppen sich über diese Bedeutung dann zerstritten. Jemand, der an seiner Arbeitsgruppe teilgenommen hatte, berichtete mir, dass sie dann über die Bedeutung des Fetischkapitels tatsächlich dann abstimmen wollten, weil sie sich nicht darüber einigen konnten. Andere Schriften, die möglicherweise zu einer Auseinandersetzung mit Antisemitismus hätten führen können, waren ja die Schrift über die Judenfrage. Also diese Kritik an Bauer wurde ja im 19. Jahrhundert kaum gelesen. Und die Rezeption begann, zwar nicht erst nach 1945, wie Dieter Klausen meinte, aber dennoch spät genug, spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts, wie schon der von uns vor einigen Sendungen dokumentierte Aufsatz von Eduard Bernstein, der Vater des Revisionismus, von 1927 dokumentiert, der sich ja mit den Antisemitismusverwürfen hinsichtlich der Marxen Schrift über die Judenfrage beschäftigt. Wir finden, ja auch selbst im Kapital, finden wir noch hin und wieder so Überbleibsel aus alten Zeiten, wenn von den wahren als innerlich beschnittenen Juden die Rede ist oder so etwas. Dazu werden wir uns aber noch ausführlich äußern, weil da steckt ein unheimlicher theologischer Gehalt da drin. Das ist also eine gewisse Paulus-Lektüre, die da notwendig wird, sodass ich das jetzt nicht einfach kurz abwiegeln kann. Diese Dinge sind jetzt also noch zu konkretisieren und ich werde dazu dann auch noch Beispiele aus der Literatur zeigen. Ich habe da schon einige erwähnt, über die Gründerfrage, also von Otto Glagau, wo eindeutig solche antisemitischen Denkformen vorliegen, die man als fetischistisch bezeichnen kann. Ich habe da schon Ich habe da schon schweizgeräu. Ich habe da schon .